Die DNX findet einmal im Jahr in Berlin statt und ist das Number One Event zum Thema ortsunabhängiges Arbeiten und Online-Unternehmertum. Auf der DNX gibt es jede Menge interessanter Workshops und Talks und super viele inspirierende Leute aus unserer Community. Das macht richtig, richtig Bomben. Ich glaube, was die DNX so besonders macht, ist, dass wir hier alle zusammen wie eine große Familie fungieren und viele Leute kommen aus ihren Heimatorten und können nicht mit ihrer Familie oder mit ihren Freunden über ihre Leidenschaften sprechen, weil es natürlich einfach eine ganz andere Welt ist, in der man sich befindet. Und hier bist du einfach einer von vielen. Hier bist du ein Freund, hier bist du ein Familienmitglied, hier bist du ein Gleichgesinnt und ich glaube, das ist der Grund, warum die DNX so viel Magie versprüht. Hoffe ich einfach, dass ich euch inspirieren kann, ein außergewöhnliches Leben zu führen und dass ich euch auch inspirieren kann, euch nie dafür zu entschuldigen, dass ihr das Beste aus euch und eurer Lebzeit herausholen wollt. Was ich geil fand, ist, bei der Mastermind-Session habe ich diesen Satz gebracht, fremde sind Freunde, die noch keiner kennt. Und wir haben uns alle einfach umarmt, einfach fremde Menschen und danach hat sich so eine Interaktion entwickelt und die Leute haben einfach miteinander gequatscht und haben sich hier irgendwie gefunden und haben wirklich Freunde gefunden. Und ich glaube, das ist die DNX, man findet hier Freunde und Gleichgesinnte. Warte nicht auf Unterstützung. Wenn du gerne dein Business starten willst und Menschen helfen willst, ein gutes Service-Produkt oder eine Message verbreiten willst. For the love of God, get fucking started. Warte nicht auf, get fucking started. Warte nicht auf, get fucking started. Vielen Dank.